In einer Welt, in der Content nur noch aus Memes, Shorts und Reels besteht. In der die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Zuschauers kürzer ist, als die eines Siebtklässlers während der wöchentlichen Doppelstunde Mathe. In der guter, liebevoller Content ausgestorben scheint. Gibt es einen Kanal, der die alten Zeiten zurückbringt? Let's Plays, wie aus dem Jahr 2010. 20 Minuten Parts, ohne Facecam. Klassische Nintendo Spiele. Geistreiches, sowie intelligentes Commentary. Mit einer sehr komischen Kameraeinstellung, da steht jemand auf Marius hinteren. Aber man kann es ihm nicht verdenken, also der ist bestimmt sehr, sehr durchtrainiert bei den ganzen Tricks, die Mario macht. Professionalität. Für den Münchstern sollten allerdings auch die Eisrutsche rutschen, weil da die meisten Munzen in dieser Sekunde sind. Und meine Batterie ist leer. Cool. Ja, wir kommen super voran in dem Spiel. Exzeptionelle. Gut, lass mich jetzt hier nicht von den Kugeln umboxen. Nehme jetzt hier noch einen Fünfer mit. Nice. Sehr gut. Nein, nein, nein. Nein! Exquisite. Ähm, jetzt ist die Frage, gibt es denn noch so viele Munzen zu... Was war das? Hä? Sowie exorbitantem Gameplay. Es kann uns ja wirklich gar nichts mehr passieren. Hier sind überall Blöcke, man... Ah! Return Winner LP. Startet mit Super Mario 64. Ab morgen, dem zweiten, dritten. Immer montags bis freitags um 15 Uhr. Abonniert den Kanal jetzt schon, um das nicht zu verpassen.